Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Anno 1800. Beim letzten Mal sind wir in Mbesa angekommen. Wir haben die ganze Expedition gemacht, haben hier unseren ersten Konto gebaut und können da gleich ein bisschen siedeln. Okay, ich glaube die Computerspieler kommen doch erst, wenn wir kommen. Das ist ein bisschen komisch, wenn Hugo jetzt genau kommt. Okay, wie schnell denn noch? Ähm, genau, hier haben wir noch ein bisschen Probleme. Mbesa ist aber gerade nicht meine Priorität, sage ich ehrlich. So, die... Oh, es fehlt hier an einigen. Ach, weil es an Arbeitskraft fehlt. Hm. Hm. Irgendwie ein Teufelskreislauf. Gut, hier fehlt halt auch viel wegen der Pandemie. Jaja. Dann machen wir doch mal... Zack. Ja, müssen wir machen. Brauchen wir wirklich mehr Seife oder fehlt es da an Arbeitskraft einfach? Äh, potenziell wir brauchen mehr Seife. Hm, das sparen wir hier mal auf. Machen wir mal hier hin. Was auch immer ich da hin machen möchte. Zack, zack. Zack. Und dann kriegen wir das hier hin. Gut. Dann wird das, was beim letzten Mal haben wir hier auch weiter geplant, wie die Stadt aussieht. Das können wir jetzt schon mal mit Leben füllen. Also in diesen vordefinierten Sachen noch nicht direkt mit Häusern. Weil wir müssen auch Marktcenter und Marktplätze, Wirtshäuser, alles halt einplanen wieder. Weil das von der Mitte reicht nicht mehr, aber... Kriegen wir hin. Da kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm. Ja, lassen wir mal. Lassen wir mal so. Äh, wir können... Beziehungsweise ich kann... Ich glaube, die können wir schon mal ausbauen. Genau wie wir das hier jetzt aber kopieren können. Und einmal hier drüben hin spiegeln können. Fast perfekt. So. Wenn die kommen, können wir nämlich sagen, die hier... Lassen wir mal wieder aufsteigen. Hier kommen ja gleich welche nach. Ähm. Ansonsten... Die Arbeiten, die brauchen natürlich auch mehr, aber ich hoffe, das gibt sich. Wo mache ich weiter mit den Upgrades? Ich glaube, hier. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das sich gibt. Ähm. Wir brauchen immer noch... Ne, wir brauchen mittlerweile, glaube ich, keinen. Jetzt brauchen wir das hier. Ich habe halt echt keine Lust. Ich gucke nochmal nach Items. Die Schneiderin darf doch jetzt nicht so lange fehlen irgendwie. Immer noch keine Schneiderin. Immer noch keine. Bisschen Geld haben wir noch. Ja, einmal geht noch. Einmal ist keinmal. Wie viel kostet es jetzt? 30. Äh. Wichtig, schau mal übers Gip. Das kann doch gar nicht sein. Naja gut, jetzt... Jetzt haben wir gleich kein Geld mehr da rum. Ab nach in Besa, würde ich sagen. Und wir... Uns bringen die Baumaterialien hier gar nichts. Aber wir können hier mal Holzproduktion... Sind es einfach nur die? Okay. Hm. Das hier ist der Hafenbereich. Ab hier beginnt... Ah ne, das hier geht auch noch. Äh, wieso? Wohin gehst du denn? Okay, hier können wir ja komplett bauen. Ähm. Verschieb den mal so, dass er genau hier das berührt. Und geh... Hier dafür hoch. Ja. Hm. Wie bauen wir es denn? Vier. 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 Vier und... Nochmal vier. Das heißt, wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Reißen wir das mal weg. Fangen wir hier an. Reißen das weg, weil hier erstmal die Holzfäller hinkommen. Darum... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Machen wir das einmal so. Zack, ein paar Häuser. So, Bewässerung. Ähm. So, Bewässerung. Kann man so sagen. Ja, mach mal. War schon lange nimmer hier. Aber ich glaube, so viel Neues kommt da jetzt gar nicht. Äh, hier haben wir jetzt nichts mehr Spannendes drin. Ja, okay. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Dass sie eines ihrer Schiffe zerstört haben? Okay. Ähm. Ja, was auch immer. Gut. Das, äh... Ich weiß gar nicht mehr, wie das so war. Der hat wahrscheinlich jetzt irgendwas gefordert, was wir direkt hatten. Würde ich jetzt mal tippen. Neue Gebäude freigeschalten. Keine Ahnung welche. Ich kann nicht draufklicken. Ich hoffe... Wir gehen hier schon die Technikprobleme. Ich glaube aber, das ist immer so. Ähm... Ach ja, die Universität haben wir. Die kommt im Layout, glaube ich, hier hin. Wir machen es ja einfach mal hier hin. Äh... Wir können die auch direkt bauen. Dann passt das. So. Reicht das jetzt an Wurstwaren? Oder wie ist das da? Wir brauchen noch ein paar. Gut. Dann halt noch ein paar. Noch ein wenig. So. Jetzt langsam aber mal. Dürfte es... Dürfte es... Dürfte es die Schneiderin geben? Ja klar. Wir kriegen irgendein Legendäres, bevor wir... Oder könnten wir uns ein Legendäres holen? Bevor die Schneiderin kommt. Und... Ja... Mhm. Ich... Den habe ich noch nicht mal in meinem anderen Spielstand. Ich fühle mich so verarscht. Ihr glaubt gar nicht, wie. Äh... Es gibt Ruinen, wo? Mit J wissen wir ja mittlerweile geht das. Wusste ich auch echt nicht. Also... Das ist so ein Shortcut-Ding. Klar, wenn man keine Ruinen hat und es... Äh... Den Shortcut drückt, dann passiert auch nichts. Und dann denkt man... Das macht einfach gar nichts. Äh... Hier brauchen wir ein Krankenhaus, gell? Einfach noch. Hm. Kann ja mal. Einfach mal hier. Dadurch sind die Reichweiten deutlich besser. Juhu... In ihrer Stadt gibt es Ruinen, ja. Ich weiß da schon. So, wie lange bis zum Re-Roll? Oh, 20 Sekunden. Die warten wir hier mal kurz ab. Kann man ja ein bisschen schnell machen. So... Ähm... Sind das für euch neue Items? Äh... Können wir... Bau Propaganda-Aufgabe. Nee. Wir veröffentlichen es so, wie es kommt. Auch wenn das ein ganz... Ja, wobei die Geldspritze wäre jetzt auch gar nicht nötig gewesen. Ja, ich weiß. Äh... Haben wir noch Ruinen? Nee. Da drückt man und es passiert nix. So muss das. Gut. Hier haben wir auch nix mehr. Also hier läuft das eigentlich bis auf, dass wir relativ langsam vorankommen. Und wir kümmern uns jetzt doch um etwas, was ich nicht machen wollte. Wir holen uns mal ein bisschen Baumwolle aus der neuen Welt. Dominium wird nicht nur für die Luftschiffe selbst, sondern auch für ihre Ankerplätze. Weil... Kann halt noch 300 Jahre dauern. Nehmen wir halt einfach den Ort, würde ich sagen. Ja. Erstmal brauchen wir hier nix. Darum kann man machen. So, kann man hier schon mal verbinden. Gut. Wir brauchen... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube immer zwei Stück sind es genau. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir noch ein paar Felder. Beziehungsweise ich mach's anders. Wir machen 1. Bauen die Felder. Okay, die gingen genau bis da hoch. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann schauen wir mal kurz nach einer neuen Route von... Weißt du was jetzt? Das hier, okay. Was er ist. Also die Zwischenfälle sind echt heftig. Wir haben sie nur auf Normalwiesen, das auf hoch. Will ich mir gar nicht ausmalen. Ja, ich weiß, dass das die besseren Häuser sind, aber war mir jetzt egal. Ähm, wo willst du siedeln? Ja, mach doch. Mach doch, mach doch. Ähm, die Insel ist es okay. Dann gehen wir mal kurz nach... Cap Trelawney. Hol mir halt doch dieses Schiff. Mach Handelsroute da. Nach Neue Welt hier hin. Du lädst dir bitte ein Baumwolle. Mach gleich dreimal. Mehr wird's auf jeden Fall nicht. Abwarten. Let's go. Gut. Dann müssen wir halt doch darauf warten. Vielleicht kriegen wir doch noch das Item vorher, aber ich zweifle ein bisschen gerade dran. Ähm, die Frage ist, wie will ich es hier machen eigentlich? Glaub. Hier kann man auch einfach mal sowas rausführen. Dann kann man mal gucken. Hier sind wir bei der Mitte. Gehen wir auch mal nach oben erstmal. Und schau mal. Und schau mal. 4... 4... 4... 4... 2... Die Waffenruhe wurde beendet. Ähm. Ja, kann man machen. Dann könnte man das hier drehen und so versetzt bauen. beziehungsweise... Also kann man schon machen. So vielleicht? Hm. Dann macht man das hier kurz weg. Dreht das Ganze mal. Macht hier wieder hin. Und kann dann hier Parks hin machen. Glaub, das gefällt mir vom Aufbau her der Stadt. Willst du mich? Loll, ich gewinne? Ach, das ist nur eine Fregatte. Ja, da greife ich jetzt natürlich an. Also, das ist schon frech. Für neue Befehle. Muss man sagen. Gott richtet jene, die etwas zu sagen. Hey, wir haben neue Items. Nein. 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 Es ist ein Witz. Das also, das ist wirklich eine Frechheit. So, zum Glück hat es sich dann aber gelohnt, die Schneiderin... Äh, nicht die Schneiderin, das Ding unten hinzubauen. Sonst würde ich mich ja noch mehr ärgern, wahrscheinlich. Ähm. Ja, das geht, warum auch immer. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Tatsächlich an Gebäuden gerade. So gut kann ich mich dann doch nicht mehr in den Beser aus. Hm. Ja, kann man mal so lassen, glaube ich. Was hatten die für Servicegebäude? Die hatten auf jeden Fall Ziegenmilch. Ja, Tee gab es irgendwie. Aber ich glaube, das war Luxus. Genau. Ja, Hibiskus-Tee. Und Klamotten. So, die Ziegenmilch kann auf fruchtbaren Boden platziert werden. Kann aber auch nicht. Deswegen. Erstmal nach da hinten. In den Beser. Okay, Hugo hat noch eine Siedlung. Ich sollte mir gute Siedlungen aber sichern schnell. Ah, dafür brauche ich den zweiten Rohstoff erstmal, glaube ich. Wie kam der so schnell dahin? Oder brauche ich nur Holz dafür? Wir gucken mal. Hm, dann nehme ich doch die Insel mal. Hat die irgendwas? Okay, die hat... Wobei, nehmen die hier mal. Die hat Honig. Zwei Wasserdinger ist aber auch wenig. Vier ist schon besser. Gehen wir doch da hoch. Ach, wo denn? Nicht schon wieder. Bin ich schneller? Bin ich besser? Oh, ich bin ganz sicher nicht besser. Okay. Ja, finde ich auch. Ja, schau mal. Äh, was bist du? Du bist das Fregatte. Halte in Zukunft ein Flagship. Ja. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, kriege ich mal ein neues. Na komm. Ja, damit. Oh, sagen Sie nicht, dass ich neue Ziele... So, dann gehen wir hier hin. Dann nehmen wir das hier mit, das Linien-Schiff. Dann greift der vielleicht nicht mehr direkt an. Können wir mal ein neues machen. Wir haben ja gerade die... die Ressourcen, ähm... Wo war ich? Ach, ich bin ja auch auf dreifache Geschwindigkeit. Das ist vielleicht ein wenig... ein wenig viel vielleicht. Ne, wir brauchen doch die Ziegel. Ach, die hat er wahrscheinlich gekauft, der Drecksack. Hm. Nein. Äh, Waren? Ne, du verkaufst nur das. Verkaufen die schon was anderes? Nö. Nö. Okay, dann, äh, noch nicht. Dann halt noch nicht. So. Wir haben Stahl. Anscheinend brauchen wir für irgendwas auch hier Stahl. Sonst würde es da oben nicht auftauchen. Ähm. Ach, das ist Baumwolle, okay. Ja, nicht geil, aber muss man halt nehmen. Guck mal, du kriegst ein Kloster. Dann bist du hoffentlich ganz gut gelaunt. Und hier brauchen wir auch noch Bananen. Da haben wir ja noch gar nichts gemacht. Haben wir noch eine Küste? Ja, hier. Äh, eins, zwei. Hola. Hola, como es das? Was war es da noch schon mit meinem Spanisch? Kurz mal auf clever. Mach, äh, clever. Tun. Oh, ach, du schon wieder. Ähm. Es ist, also vielleicht ist mein Geduldsfaden aufgrund der Technikprobleme die letzten Tage echt ein bisschen geringer. Mag sein. Ich finde es aber extrem nervig, wie der Pirat mich gerade... Warte mal, apropos Pirat, warum greift die mich an? Schiff unter Beschuss. Wir hatten doch... Ich wundere mich schon. Komm. Du findest, das war ein Schiff? Ja. Ja. Sie hatten recht. Friedensvertrag. Ja. Dann kann ich endlich wieder freien. Eigentlich will ich es zu Ende. Nicht Angriff. Ein Altruist. Nicht Angriff. So, nur sie noch. Unmöglich. Ja, dieses Schiff hätten wir gar nicht verlieren müssen. Jetzt weiß ich auch, warum das die ganze Zeit da so gut lief, weil der Pirat hatte mich in Ruhe gelassen. Ein Schiff wurde zerstört. Ihre Majestät ist nicht... Flaggschiff steht zu Diensten. Natürlich. Gut. Ist das nicht schön? Mh... Bald haben wir hier die Waren. Dann können wir mal gucken, wie sieht es aus itemmäßig. Passt auf, jetzt ist die Schneiderin da. Bis mein Schiff aber da ist, ist es weg. Ah ne, zum Glück nicht. Wo bleibt irgendein Schiff? Na komm, in 5 Minuten kommst du da aber hin. Wow. Okay, du bist ein bisschen viel schneller. Schwärmt aus, meine Schlampe. Ja, die haut ab. Was macht die Fregatte? Die dreht auch ab. Nein. Warum ist das Ding schneller als mein Linienschiff? Und zwar so viel schneller. Ach, ist das elektrisch? Nee, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber muss ja sein. Weil alles Segelschiffe. So, her damit. Für das Item haben wir viel zu lange gebraucht. So, Crown Falls. Du kannst direkt dahin. Du darfst hier bleiben. Mh... Capture Lorne. Mh... Was machen wir? Uns fehlt ja eigentlich... Mir fehlt noch einiges an Material. Uns fehlt Eisen. Dann nehmen wir halt das hier. Wollte nämlich sagen, weil Waren müssten wir genug haben. Wo kriegen wir noch Eisen her? Hier müssen wir auch aber das hier bauen. Gut, ansonsten läuft's doch. Also es läuft eigentlich ganz gut. Nur nicht so schnell, wie ich möchte. Das ist so mein... Mein Fazit. Ach, die Feuerwehr stimmt ja. Da war ja die Katastrophe. Die müssen wir an dieses Wassernetz anschließen. Ähm... Du hast eine komische Form. Hm. Hm, 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 hm. Wir kümmern uns erstmal um die Ziegenmilch. Weil die ist einfach herzustellen. Ähm... Müssen wir mal schauen, wie das aufgeht. Zack, zack. Vier Felder, die so groß sind wie das Ding an sich. Gibt man safe auch besser hin. Aber so funktioniert's erstmal. Wieviel brauchen wir denn? Muss ich mal nachgucken. Ähm... Warum? Müsste aber reichen wahrscheinlich erstmal. Ja. Fast genau. Klamotten. Erfordert Wasser. Okay, das ist was anderes. Dann würde ich sagen, nehmen wir dafür die Fläche hier vielleicht. Weil die kriegen wir, glaube ich, relativ kostengünstig bewässert noch. Hm. Hm. Ja, passt, glaube ich. Willst du mich verarschen? Weil das Ding nicht verteidigt ist, nervt die Piraten da. Dann machen wir es halt so und reißen das Ding hier ab. Das kriegen wir hin. Gut, Kapsulorni. Achso, wir haben ja auch noch die Questline hier. Stimmt ja, was war denn das? Eine Tonne Nähmaschine, vier Tonnen Mehl. Ähm... Bestellen wir... Oh, und gehen auch die Klamotten aus. Alles wird von der Flut verschlungen. Und gehen die Bewohner aus. So. Ähm... Schnaps geht auch runter. Zack, zack, zack. Wird schon so irgendwie passen. Ich mach's grad aus dem Bauchgefühl raus. Fisch geht auch runter. Dann kümmern wir uns da noch kurz drum, dass so die Grundbedürfnisse da sind. Sonst meckern die ziemlich schnell. Ähm... Was wollte ich jetzt gucken? Mehl, gell? Also Brot. Ja, Brot passt. Das heißt, wir schließen mal kurz zwei. Wir machen hier nicht mehr, warum sie es gesagt haben. Weil mich nervt auch dieser rote Punkt hier auf der Karte. Das macht das Ganze ein bisschen... bisschen schwieriger. Hier ist übrigens ein Besor für Leute, die sich wundern auf der Karte. Ähm... Und hier oben kommt dann die Arktis hin. Das ist ganz nice. So. Jetzt haben wir... Haben wir jetzt Baumwolle da? Die Frage ist, jetzt behalte ich die? Warte ich, bis das Schiff da ist? Das ist da. Ich glaub, wir machen's gleich mit dem Schiff, oder? Alles andere macht eigentlich keinen Sinn. So. Dann bauen wir mal kurz... dich da hin. Beziehungsweise wir können dich mal da drüben hinsetzen, so. Und dann haben wir, glaub ich, alles für die Mäntel. Wie immer dulde ich es. Weil wir brauchen ja Wolle. Das... Ja, da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Kriegen wir hier noch... Ja... Nee. Schade aber auch. Richtig traurig. So. Ähm... Cutting Edge ist, glaub ich, geil. Ja, nehmen wir. Ich glaub, das ist ganz gut. Ja, Hugo, mehr kann man nicht... Was ist hier schon wieder... Also langsam... Ist, glaub ich, das Savegame echt... Verflucht. So. Hm, was wollte ich? Ich wollte das hier jetzt anschließen mal. Äh... Ich muss entscheiden, was das Beste für unsere Sache ist. Hm. Wenn du meinst, dass du das kannst. So, wir machen mal das hier weg. Das auch. Also, Moment. Was geht hier durch? So, jetzt brauchen wir Flux. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ja, kann man nehmen. Nein. Der kommt ziemlich häufig aber gerade mit Propaganda-Aufgaben. Keine Änderungen. Das ist bemerkenswert. So, und eins noch. Dann... Fehlt es jetzt hier aber. Moment. 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 Hm. So. So, ja, das hatten wir. Hm, gut. Das hier kann man auch noch nutzen. Den Platz hier oben auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Dann können wir hier mal... den Rest produzieren. Weil der muss ja nicht im Gewässerbereich sein. Wir haben zwei. Das ist eine. Das sind zwei. Ja, kann man mal so machen. Ist jetzt nicht perfekt. Aber geht gerade erst mal so. Das Ding hier bauen wir einmal... hier hin. Und kriegen genau gar nichts mehr hin. Man kann hier aber noch die Feuerwehr schon mal hin planen. Ach, die muss hier rausgeführt werden. Äh, ja, Benten. Welcher? Ja, nimm dir doch. Gönn dir mal, äh, Entbeser. Wir gehen mit einer Wasserleitung. Wir haben eine Siedlung errichtet. Wir haben eine Siedlung errichtet. Boah, irgendwo hat er doch jetzt gemeckert. Feuer ausgebrochen. Ach so, du. So. Hat er jetzt in den Beser gemeckert? Nee, oder? Ich glaube nicht. Es ist der erste Eindruck, der zählt. Ja. Du könntest auch mit mir Frieden schließen. Du bist zwar militärisch deutlich weiter vorne, aber... Dann halt nichts, sage ich immer so. Ähm, Capture Lonnie. Ja, wir haben jetzt das Mehl. Das ist sehr schön. So, dich können wir mal wieder rüberschicken eigentlich. Alte Welt, Gefängnis. Wo ist mein... Wo bist du? Warum bist du da? Hast wahrscheinlich irgendwas hingebracht, oder? Äh, Restaurant, holen sie ihre Belohnung. Moment, ich fahr erst mal weg. Damit das nicht mit dem ist. Ach ja, hier meckern die immer noch. Mh, Krankheit. Haben wir schon, ja, wir haben schon verstärkt. Brauchen wir noch mehr Klamotten? Das... Yo, wir brauchen noch mehr. Okay, wir waren ziemlich im Minus. Ja. So, das reicht jetzt auf jeden Fall. Adaskis Tagebuch. Ähm, du erzählst mir jetzt irgendwas. Ich glaube, jetzt müssen wir drei, genau, Wachhunde und so. Eins ist hier. Da gehen wir schon mal hin. Und bergen das. Wir machen so alles ein bisschen gleichzeitig. Ähm. Die meckern wahrscheinlich auch noch wegen Wohnhau. Also, ja, Marktplatz. Ähm, zack. 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 Kriegt man dann hier nochmal hin. Vom Stapel gelaufen. Ja. Geht das nicht auf? Warum? Weil ich's gedreht hab. Ähm. Ja, dann... Muss ich da auch mal beim nächsten Mal dran denken, hoffentlich. Meint ihr nicht auch, dass dieser Ordner Daskis Beschreibung nahe kommt? Na klar, wenn du das sagst. So, angeln. Oder tauchen. Oder wie auch immer. So, du wirst jetzt... Du müsstest jetzt hochgehen langsam. Oh, wir haben's direkt. Okay, nice. Nice, nice, nice. Ich weiß gar nicht, ob's da immer ist. Ich glaub, das ist nämlich Zufall. Aber wenn, dann, äh, hatten wir mal Glück. Auch wenn's hier jetzt wirklich nicht nötig wär. Ist aber mal schön. So, Schule, da meckern die. So, wir haben jetzt aber zumindest mal alles. Wenn... Woran fehlt's dir jetzt eigentlich? Wie, Jagddinger haben wir? Ach, stimmt. Wir haben die bis jetzt nur... Haben wir die geplant? Wir haben die noch gar nicht. Und ich jammer die ganze Zeit über das Item, was fehlt. Aber uns fehlt noch ein bisschen was anderes. Zack. Ähm. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Moment. Zack. Dann machen wir das hier und dann soll das Schiff... Handwerker... Ja, mach. Dann soll das Schiff... Wir machen mal eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Geht das so weit, ja? Acht. Acht Stück. Das bedeutet, wir können nämlich später nochmal... Echt viele... Ähm, dazuschalten. Wir können ja auch erstmal vier Stück pausieren. Mehr brauchen wir erstmal eh nicht. So, seid ihr jetzt alle? Ja, ihr könnt alle da hinkommen. Das ist nice. So. Dann tun wir mal... Sich stoppen. Ja, das dauert kurz. Das machen wir noch. Und dann war's das für heute erstmal, für den heutigen Part. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir kommen aber gut voran. Also, wirklich. 47 nach jetzt sechs Stunden und 41 Minuten ingame. Dadurch, dass wir manchmal auf zweifache und dreifache Geschwindigkeit sind. Neulich kam einer von uns. Ist das schon... Ist das schon ganz gut. So, dann Route noch kurz anpassen. Du gehst auch jetzt noch hier hin. Lädst hier ein... Äh, das hier. Lädst das hier aus und annehmen. Perfekt. Dann haben wir's doch. Dann haben wir es doch. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Wenn ihr nicht verpassen wollt, abonniert gerne, falls ihr noch nicht das gemacht habt. Und dann sieht man sich im nächsten Part. Bis dann. Habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.